Ah, das ist ein Tagst. Sonst da. Keine Ahnung, wie ich überhaupt wache. Ja, ja, mehr schon. Hab ich das Auto. So, 14. Oh, es gehört fort. Ja, noch ein Stück Plastik. Ah, das ist unser Fahrersitz. Hier, nochmal schrauben. Die Wolke fiege ich immer richtig her. Und noch ein Schlamm. Fantastisch.